Die Geschichte von der kleinen Maus Milena Heute ist nämlich ihr erster Schultag und deshalb hat ihr Papa auch alles so schön hergerichtet. Milena möchte nämlich noch einmal kurz feiern mit ihren Freunden zusammen, bevor sie sich auf den Weg zur Schule macht. Aber wo sind denn jetzt meine Freunde? Ich wollte doch mit ihnen feiern. Und wo ist meine Freundin Conny? Die wollte doch gleich als erstes kommen. Conny Helft ihr mir einmal mitzurufen? Conny 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 Da kommt sie auch schon. Die Freundin Conny. Das kleine Kaninchen. Hallo Milena, das soll dir Glück bringen. Oh, hallo Conny, das ist aber lieb von dir. Weißt du was? Ich nehme die Feder gleich mit zur Schule. Dann kann ich meine Lehrerin auch mal fragen, warum die Vögel im Herbst eigentlich immer wegfliegen und im Frühjahr wiederkommen. Das wollte ich schon immer mal wissen. Und Milena packt die Feder in ihren Rucksack. Da kommt das Eichhörnchen Eileen. Hallo Eileen. Hallo Emilena. Aber Eileen, was ist denn los mit dir? Du wirkst so traurig. Traurig nicht, aber ich weiß mir gerade keinen Rat. Ich habe so Eicheln gefunden. So richtig große, leckere. Und die möchte ich gern mit meiner Freundin Emma teilen. Aber wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. Aber du hast doch jetzt hier zwei Eicheln. Dann könnte doch jeder von euch eine Eichel bekommen. Ja, aber ich habe noch vier Handvoll zu Hause und mir Emma hat schon drei Handvoll gefunden. Wie machen wir das denn jetzt? Das weiß ich auch nicht. Aber ich könnte meine Lehrerin fragen. Vielleicht weiß die das. Ja, das ist eine gute Idee. Du kannst die Eicheln auch mitnehmen als Erinnerung. Und Milena packt die Eicheln in ihren Rucksack. Da kommt der Frosch Freddy. Hallo Milena. Puh, das war aber anstrengend. Hallo Freddy. Was schleppst du denn da heran? Das habe ich im Sumpf gefunden. Weißt du, was das ist? Hm, sieht schön aus. Und klingt auch schön. Sollen wir versuchen, den Zettel mal rauszubekommen? Sollen wir versuchen, den Zettel mal rauszubekommen? Das geht aber schwer. Das geht aber schwer. Das geht aber schwer. Helft mal mit. Hau ruck. Hau ruck. Hau ruck. Ah, ich habe es. So, jetzt nur noch den Zettel. Da steht ja nur ein Text drauf. Und ich kann doch noch gar nicht lesen. Soll ich es euch vorlesen? Au ja. Ja. Lieber Finder, meine Flaschenpost hat den Weg zu dir gefunden. Wo das wohl sein mag? Ich würde mich freuen, wenn du mir eine kurze Nachricht schicken könntest, damit ich weiß, wohin meine Flaschenpost gereist ist. Meine Adresse, Fritzi Hering, an großen Bayer 1, Fischhausen. Vielen Dank und viele Grüße, Fritzi. Aber ich kann doch noch gar nicht schreiben. Aber du kommst doch jetzt bald in die Schule und dann lernst du das. Das stimmt. Ich nehme den Brief einfach mit in die Schule und dann frage ich meine Lehrerin, ob sie mir helfen kann. Als Milena gerade den Brief in ihren Rucksack packt, hört sie ein Geräusch aus dem Baum. Heute ist ein wichtiger Tag. Die Maus, die hier ein jeder mag, ist jetzt schon groß. Die Schule geht los. Und deshalb sind wir heute auch alle hier. Und feiern mit dir. Hier vor deiner Tür. Mit Tanz und Musik. Ich gebe den Beat. Macht alle mit. Dann seid ihr auch fit. Für den ersten Schultag mit dem Party-Fitness-Hit. Klack, 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 klack. Oh, DJ Talk. Das ist eine super Idee. Macht ihr auch mit? Klack. Untertitelung. BR 2018 Das war toll! Jetzt fühle ich mich richtig fit. Das trifft sich gut, denn jetzt ist es Zeit zur Schule zu gehen. Als die kleine Maus ihren Rucksack nehmen möchte, muss sie lachen. Oh, jetzt habe ich ja einen Rucksack voller Fragen, mit denen ich zur Schule gehe. Ich habe einen Rucksack voller Fragen, mit dem ziehe ich jetzt los. Mit dem Rucksack voller Fragen und den Antworten darauf wird die Schulzeit grandios. Wenn ich dann in der Schule sitz, dann melde ich mich wie der Blitz. Nimmt der Lehrer mich dran, hole ich so dann die erste Frage aus dem Rucksack raus. Warum fliegen die Vögel im Herbst weg und kommen im Frühling wieder zurück? Wo sind sie im Winter? Ich habe einen Rucksack voller Fragen, mit dem ziehe ich jetzt los. Mit dem Rucksack voller Fragen und den Antworten darauf wird die Schulzeit grandios. Wenn ich dann in der Schule sitz, dann melde ich mich wie der Blitz. Nimmt der Lehrer mich dran, hole ich so dann die nächste Frage aus dem Rucksack raus. Wie können wir unsere Eicheln so aufteilen, dass hinterher jeder gleich viele hat? Ich habe einen Rucksack voller Fragen, mit dem ziehe ich jetzt los. Mit dem Rucksack voller Fragen und den Antworten darauf wird die Schulzeit grandios. Mit dem Rucksack voller Fragen und den Antworten darauf wird die Schulzeit grandios. Wenn ich dann in der Schule sitz, dann melde ich mich wie der Blitz. Nimmt der Lehrer mich dran, hole ich so dann die nächste Frage aus dem Rucksack raus. Wie schreibe ich einen Brief? Ich habe einen Rucksack voller Fragen, mit dem ziehe ich jetzt los. Mit dem Rucksack voller Fragen und den Antworten darauf wird die Schulzeit grandios. Mit dem Rucksack voller Fragen und den Antworten darauf wird die Schulzeit grandios. Wenn ich dann in der Schule sitz, dann melde ich mich wie der Blitz. Nimmt der Lehrer mich dran, hole ich so dann die letzte Frage aus dem Rucksack raus. Ich kann nicht mehr sitzen, können wir uns heute nicht mal bewegen. Ich habe einen Rucksack voller Fragen, mit dem ziehe ich jetzt los. Mit dem Rucksack voller Fragen und den Antworten darauf wird die Schulzeit grandios. Ich wünsche euch auch einen Rucksack voller Fragen und natürlich ganz viele Antworten auf eure Fragen in der Schule. Und ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Schultag. Einen so schönen Tag wie unsere kleine Maus. Milena heute erlebt hat. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.